Hallo, hier zeige ich Ihnen ein Gemüsetürbchen, was ich hergestellt habe aus einer Kohlrabiescheibe. Verschiedene turnierte Gemüse, turnieren heißt Form geben und was ich dann in Heißwasser blanchiert habe, das heißt kurz im Heißwasser köcheln lassen und dann in kaltem Wasser erkalten, damit sich die Farbe erhält. Des Weiteren habe ich hier Linsengemüse als Alternative stehen. Im hinteren Bereich habe ich einen Spritzbeutel liegen und das Erbsenküree, was auf der Kohlrabiescheibe aufgespritzt ist mit einem Spritzbeutel an der Lottille. Das Gemüsetürbchen eignet sich besonders für Banktets oder einen Hauptkrank zum schnellen Anrichten, da man dann nur noch das kurz vorher regenerieren, das heißt schnell warm machen muss und dann auf dem Teller anrichten mit einer Palette kurz übersetzen muss und es sieht sehr gut aus, es wirkt sehr schön bei der Dekoration. Als Alternative habe ich hier es mit einem Linsengemüse gefüllt. Ich wünsche viel Spaß beim Anschauen und beim Nachkochen. Alles Gute, bis dahin, bis zur nächsten Videoaufnahme. Danke.